. Mann. Den hab ich hier voll erwischt, hm? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein! Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch.